Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Sky Beast 2. Wir haben uns beim letzten Mal darauf fokussiert, dass wir hier in dieser wunderbaren Base natürlich unser Simple Storage System haben, denn da wollten wir vor allem vorankommen und wir wollten auch dieses Honig hier verarbeiten, um letztendlich Stufe 4 Bienenneste hinzubekommen. Das haben wir auch alles hinbekommen. Wir haben zwar nicht so viele Bienenneste hinbekommen, denn wir haben festgestellt, diese Maschine, diese Zentrifuge, die muss noch ein bisschen länger arbeiten, daher müssen wir uns auch noch ein bisschen gedulden. Aber für den Anfang reicht es erstmal und wir werden uns jetzt erstmal darauf fokussieren, dass wir Apiaries haben, denn wenn wir eine Apiary haben, dann könnten wir auch automatisch diese ganzen Bienennester leeren und wir könnten vor allem die produktiver machen, denn diese Apiary sind so unglaublich effizient, schon fast OP effizient, denn wenn wir hier mal reinschauen, zum Beispiel bei der hier, dann steht da dran, dass die zum Beispiel den 8-fachen Output haben. Das ist sehr extrem und dazu auch noch halb so oder doppelt so schnell arbeiten, also sonst sollten die ganzen Bienen da dran. Das ist ziemlich krass und Output-Type Honeycomb-Blöcke, das heißt eigentlich der 9-fache Output mal 8. Das ist sehr, sehr extrem. Deswegen 72 mal so viel, plus jetzt nochmal die 50%, das sind dann fast 140 mal so viel. Naja, auf jeden Fall, da möchten wir hin. Dafür brauchen wir aber Neto-Stars und Neto-Stars, jetzt mal ganz kurz, wir müssen das mal leer wollen hier drin. Ähm, Neto-Stars wollen wir natürlich mit Bienen herstellen, das sollte, glaube ich, klar sein, denn, ähm, es ist sehr technisch möglich. Das heißt, wir müssen mal den ganzen Weg dahinter gehen und schauen, wie genau kommen wir da ran. Scheinbar brauchen wir dafür eine Stary, die wir nicht herstellen können. Das heißt, dieser Neto-Star-Weg, der ist jetzt erstmal nicht so einfach möglich. Wir können aber nochmal weiterschauen, denn, ähm, es gibt hier auf jeden Fall diese Shards, aber auch die können wir nicht herstellen. Es gibt aber auch Witter Honeycombs, das heißt, es gibt eine Witterbiene und genau diese Witterbiene stellt eben das alles her. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir an diese Witterbiene ran? Um die zu machen, brauchen wir erstmal eine Witter Skelett-Honey, ähm, Skelett-Bee und eine Neto-Bee. So, dann gehen wir den einen Weg mal. Die Witterbiene wiederum, die machen wir, die Witter-Skelett-Biene machen wir aus Witter-Skelett-Bienen? Das wirkt sehr seltsam. Ähm, können wir die überhaupt herstellen? Also noch gibt es da irgendein Problem. Okay, ich weiß nicht, wie ich diese Biene herstellen soll, werden es bestimmt gleich herausfinden. Aber die Neto-Biene wiederum stellen wir aus der Lava-Biene und einer Obsidian-Biene her. Eine Obsidian-Biene haben wir noch nicht, aber da sollte klar sein, wahrscheinlich Wasser und Lava. Und siehe da, wir brauchen eine Wasser-Biene, die haben wir auch noch nicht, und eine Lava-Biene. Die Wasser-Biene wiederum, die stellen wir her aus einer Wasser-Biene. Okay, dann vermute ich, dass wir die per DNA herstellen können. Da schauen wir doch mal rein, gibt es denn davon DNA? Ah, hier ist ganz klar die Water-Bee-DNA und die Witter-DNA, die ist hier bestimmt auch irgendwo zu finden. Ähm, das sieht noch nicht so gut aus. Ich suche jetzt einfach mal nach Witter. Und wir sehen hier keine DNA. Okay, ich muss noch ein bisschen recherchieren, wie wir da rankommen, aber ich werde es gleich herausfinden. Witter-Bee geht über eine Skelett-Biene, die über ein Witter-Skelett in den Hive fliegt. Okay, das habe ich mir schon fast gedacht, dass da irgend sowas ist, aber jetzt wo ich den Fakt weiß, ist es auf jeden Fall hilfreicher. Ah, hier wird es erklärt, okay. Also, ja genau, wir brauchen einen Witter-Skelett-Skal erstmal. Das heißt, wir müssen erstmal in die Nähte gehen. Und dann können wir das eben in eine Skelett-Biene machen. Das heißt, wir brauchen noch eine Skelett-Biene. Die Skelett-Biene machen wir aus einem Skelett- und Skelett-Biene, okay. Wahrscheinlich können wir die per DNA herstellen. Und das ist auch nicht hier zu sehen. Okay, dann schauen wir doch mal eine Skelett-Biene. Machen wir mit einer Slime-Biene, die über einen Skelett-Skal läuft oder fliegt. Und dann brauchen wir eine Slime-Biene. Die Slime-Biene machen wir aus einer Water-Biene und einer Dirt-Biene. Die haben wir auch noch nicht. Das heißt, wir müssen eine große Menge herstellen. Die Dirt-Biene wiederum, die können wir hoffentlich per DNA machen. Okay, das heißt, wir können schon mal zwei DNA herstellen und dann gibt es einen langen Weg, den wir wahrscheinlich nicht alles in eine Folge packen können. Deswegen gehen wir gleich mal auf die DNA ein. Also, dann legen wir erstmal mit den DNAs los. Wir brauchen Wasser und eine Empty-DNA. Die Empty-DNA kriegen wir hoffentlich jetzt easy hin. Und zwar damit einmal und zweimal. Also, wir legen die jetzt rein. Ich lege erstmal eine rein. Und wir brauchen jetzt Wasser. Das ist kein Wasser. Äh, ja. Haben wir zufälligerweise eine Cast Iron-Tube? Zufällig. Super, haben wir. Das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich nur noch einen Tank, den wir da irgendwo heransetzen. Ähm, an dieser Stelle würde auch dieses Singularity-Tank reichen. Von daher, warum nicht? Wir nehmen den mal ganz kurz mit. Ähm. Oder wir machen das einfach leer. Das ist auch in Ordnung. Wir setzen das Ganze dann mal da ran. Und damit haben wir die Lava da drin. Und wir können da jetzt Wasser reinmachen. Und damit arbeiten. Wir haben nur aktuell keinen Eimer, glaube ich. Ich glaube, ich habe keinen Eimer. Und, doch, ich habe einen Keramik-Eimer und der tut genauso. Also, von daher, nehmen wir uns das Wasser mal hier raus. Setzen das Ganze hier rein. Und sagen, jetzt bitte irgendwo DNA herstellen. Das ist hier, genau. DNA. Ähm. Water. Und wir stellen jetzt einmal die her. Das dauert einen kleinen Moment. Und danach kümmern wir uns um die nächste. Also, wir sehen. Wir haben jetzt mittlerweile eine Water-Bee-DNA. Die ist super. Und nachdem wir die Water-Bee-DNA haben, gehen wir weiter mit der nächsten. Denn wir brauchen eine Dirt-Bee-DNA. Dafür brauchen wir Dreck. Das ist natürlich sehr wichtig für uns. Denn Dreck, ähm, ist immer relevant. Also, packen wir den hier rein. Suchen hier das nochmal aus. Suchen hier nach Dirt. Und da haben wir die hier. Super, das läuft durch. Okay, ich habe jetzt mal hier ins Eck, äh, Erde drunter gesetzt. Das heißt, hier kann jetzt ein Wasser rein. Und da kann auch die Biene rein. Die müssen wir nur noch beschwören. Die Dirt-Biene, die sollte jetzt bestimmt auch schon fertig sein. Es arbeitet nicht mehr. Genau. Also, wir sehen hier die Dirt-Bee-DNA. Das heißt, die zwei werden jetzt beschworen. So. Einmal die hier. Zack. Einmal die hier. Zack. Und die beiden packen wir jetzt hier rein. Was jetzt mit der Erde ist, da bin ich gespannt, ob Gras genauso gilt. Ähm, oder Cursed Dirt, wer weiß. Einmal die hier. Genau. Und jetzt schauen wir nochmal ganz kurz rein. Du brauchst, brauchst wirklich Erde. Das ist ein bisschen unpraktisch, aber das können wir lösen. Daran scheitern wir nicht. Also, ich würde es jetzt mal so enthaben, dass wir dann einfach hier zum Beispiel, ähm, irgendwie so eine Stelle aufbauen, wo dann das Gras nicht weiterspringen kann. Und dann kann die genauso arbeiten. Super. Also, wir haben jetzt eine Erdbiene und eine Waterbiene. Und diese können wir damit abschließen. Denn beide produzieren bereits. Bedeutet, wir müssen noch viele andere Bienen anpeilen. Zum Beispiel die Obsidian-Biene. Dafür brauchen wir nur Cupstone und Blätter. Ja, Blätter brauchen wir wirklich auch. Das können wir doch ganz einfach lösen. Wir haben ja bereits zehn Paar Blätter. Und das heißt, Blätter haben wir jetzt auch genug. Und daher warte ich eigentlich nur noch, bis da ein bisschen erwachsen ist. Beziehungsweise, die sind doch schon erwachsen. Das heißt, eigentlich wären wir in der Lage, die jetzt schon miteinander zu kreuzen. Daher nehme ich mir ganz kurz Cupstone. Und dann kreuze ich die, wenn beide gerade zufälligerweise verfügbar sind. Oh, so. Also, wir nutzen jetzt den Moment einmal hier, einmal... Komm, komm her, komm her, komm her. Nein, 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 nein. Okay. Und macht mal bitte... Super. Wir haben eine Obsidian-Biene. Sehr schön. Das heißt, auch die muss nur noch Obsidian bekommen. Oder auch nicht. Die braucht eine Obsidian-Biene-Nektar-Block. Ähm, bereiten wir vor. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Aber, ähm, unerwartet. Hätte ich nicht gedacht, dass wir sowas brauchen. Und für den Slime brauchen wir Water und Dirt. Das heißt, wir müssen erstmal warten, bis die Water-Biene wieder mag. Und dann werden wir das natürlich machen. Water-Biene, komm mit, komm mit, komm mit. Super, super. Komm, komm weiter, weiter, weiter. Ja. Du kriegst es jetzt. Und du auch. Und damit bekommen wir jetzt hoffentlich gleich unsere neue Slime-Biene. Denn diese Slime-Biene, die brauchen wir eigentlich gar nicht so extrem. Die ist ja nur dazu da, um Dinge umzuwandeln. Die können ja einfach aus Köpfen Spawner machen. Wir haben allerdings ein Problem. Wir haben keine Skelette. Also so gar nicht. Und das heißt, wir müssen endlich mal dafür sorgen, dass wir Mobs bekämpfen. Wollen wir heute zum ersten Mal kämpfen? Ich glaube, ich habe in dem ganzen Projekt noch keinen einzigen Mob getötet. Ich bin mir nicht sicher. Doch, ich glaube, ganz am Anfang, als da die Flächen gebaut wurden, da sind schon ein paar gespawnt. Ja, ich denke, ich werde jetzt ganz kurz eine Fläche bauen. Oder ein paar Flächen bauen. Und davon dann halt ein paar nicht ausleuchten. Vielleicht auch irgendwie noch eine Rüstung, Eisenwaffe oder so. Und dann können wir gleich mal ein paar Skelette bekämpfen. So, die Fläche ist fertig. Das heißt, da können wir bald Mobs bekämpfen. Zumindest, ja, sobald eben Nacht ist. Und jetzt würde ich mich mal ganz kurz um eine Waffe kümmern, denn wir bräuchten vielleicht Beheading. Damit wir eben Köpfe rollen lassen können. Heißt, ich brauche jetzt erstmal einen Cleaver. Und der Cleaver, der ist, glaube ich, hier gar nicht machbar. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube es. Ja, den Cleaver kann ich mir nicht machen. Das heißt, wir brauchen eine bessere Station. Keine normale Tinker Station, sondern eine verbesserte. Ich muss mal ganz kurz schauen, wie die heißt. Sind es mittlerweile die Envis? Okay, ich fahre gerade und sehe auch gerade, dass es mittlerweile Envis sind. Und die dafür genutzt werden. Das ist mir neu gewesen. Wusste ich nicht. Also, ja, scheinbar machen wir das mit dem Envis. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich viel mehr Eisen dafür zum Beispiel. Beziehungsweise, ich weiß nicht mal, ob es mit Eisen geht. Ja, also, leider muss ich sagen, Tinker's Construct ist sehr durchdacht und nimmt nicht so die normalen Sachen wie Copper oder so. Deswegen müssten wir vielleicht mal dem Bronze-Stil nachgehen. Ähm, also mit Stil meine ich natürlich nicht Stahl. Denn das machen wir aus Copper und Glas. Das wäre technisch gesehen jetzt nicht so extrem. Daher werden wir uns jetzt erstmal Copper machen. Beziehungsweise, haben wir schon eine Menge Copper? Nö, haben wir nicht, aber wir können uns rein theoretisch eine Menge Copper machen. Daher lassen wir es mal durchlaufen. Und, ähm, werden dann ein bisschen Sand schon mal einschmelzen. Okay, ich würde mir jetzt mal ganz kurz eine Rüstung herstellen. Denn ich glaube, ein bisschen Sicherheit brauche ich schon. Man weiß ja nicht, was passiert. Und sterben wäre natürlich doof. Es wäre jetzt nicht tragisch, aber es wäre doof. Daher habe ich mir mal eine ganze Eisenrüstung gemacht. Und damit können wir dann auf jeden Fall gleich in den Kampf gehen. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Ressourcen. Daher wird die Nacht jetzt vielleicht noch gefährlicher, als ich dachte. Ähm, aber ich schmeiße jetzt so schnell wie möglich alles durch. Damit wir gleich eben unsere drei Blöcke, äh, Tinker's Bronze haben. Denn die brauchen wir auf jeden Fall. Wir brauchen nur noch ein paar Seared-Stones. Ähm, aber ich denke, wir haben vielleicht noch ein paar über. Ich schaue mal ganz kurz seared. Kriegen wir hin. Das ist jetzt nicht das Problem. Also, wir haben mittlerweile hier ein Block und sechs Stück. Also, da fehlt immer noch was. Aber den Block, den könnten wir entweder da rausschmelzen oder da. Vielleicht mache ich mir noch eine Fosszeit dafür. Also, wir haben mittlerweile hier noch einen weiteren Block. Den können wir jetzt mal rausstellen. Genau. Und dann können wir uns gleich diesen wunderschönen Anvil machen, den wir scheinbar bräuchten. Und ich hätte doch nicht gedacht, dass das so wie eine Mopspawn. Also, es könnte vielleicht doch gefährlich werden. Hm. Ja, vor allem, wenn die immer näher laufen. Ist sehr witzig hier. Naja. Ähm, vielleicht hatten die Leute recht, als sie gesagt haben. Nee, die sollte es vielleicht schon eine Mauer machen oder so. Denn es kann gefährlich werden. Ja. Da habt ihr recht gehabt. Okay. Also, zumindest kann ich jetzt mal sagen, ich habe bereits alles vorbereitet. Das meiste vorbereitet. Das heißt, der Anvil ist schon fast fertig. Ähm. Ähm. Könnt ihr mal ein bisschen weniger werden, Mobs? Okay. Dann machen wir uns jetzt erstmal die ganzen Blöcke fertig. Denn wir wollten ja... Moment. Wir wollten ja jetzt zum Beispiel diesen herstellen. Dafür brauchen wir auf jeden Fall noch vier Stück. Ähm. Vier von denen hier. Also nehmen wir das nochmal raus. Zack. Eins, zwei, drei, vier. Zwei, drei, vier. Jetzt brauchen wir... Jetzt brauchen wir erstmal diese Tinker Station. Die bauen wir auch noch kurz ab. Und währenddessen bauen wir mal ganz kurz diese Zombies ab. Es ist auf jeden Fall spannend, dass nicht so viele Skelette gespawnt sind. Was in meinem Fall vielleicht ganz gut ist. Ähm. Aber spannender Fakt. Dann stellen wir uns jetzt hier den her. Super. Wir kriegen es nicht hin, weil der nicht reinkam. Und das bedeutet, wir können jetzt hier drin wunderschön arbeiten. Das wollte ich die ganze Zeit haben. Das heißt, darin können wir einen Cleaver machen. Den sehen wir hier schon. Bedeutet, wir brauchen diese vier Items. Und die werden wir jetzt noch vorbereiten. Dafür würde ich mir dann am besten Eisen und Holz nehmen. Denn das ist wahrscheinlich eine ganz gute Mischung dafür. Ähm. Und dann können wir gleich damit loslegen. Wenn da keine Steine drin sind, wird das erstmal sehr schwer werden. Okay. Wir haben hier auf jeden Fall das repariert. Und da hätte ich eigentlich gerne einen Kopf davon. Deswegen wollte ich die Sachen vorbereiten. Aber es ist... Ah, hier sind so viele Mobs drin. Ich glaube, ich muss hier mal ganz kurz die Nacht beenden. Es tut zwar ein bisschen weh, weil ich eigentlich die Skelette wollte. Aber wir beenden mal ganz kurz die Nacht. Ähm. Die meiste Gefahr ist vorbei. Denn die Mobs sind hier wieder tot. Ähm. Aber ich brauche auf jeden Fall für die nächste Nacht ein Schwert. Damit wir da viel besser entlang kommen. Und deswegen werde ich jetzt mal die ganzen Ressourcen vorbereiten, die wir dafür benötigen. Da fällt mir gerade ein, einiges davon müssen wir sowieso jetzt ausgießen. Aber diese zwei Sachen würde ich dann aus Eisen machen. Das heißt, wir würden diese Tough Handles aus Holz machen. Wie gewohnt. Also brauche ich jetzt mal... Ich muss erst mal die ganzen Creeper loswerden. Okay. Da haben wir unsere Tough Handles. Das heißt, zwei Stück möchte ich gerne mal machen. Die haben wir schon mal. Das heißt, als nächstes müssen wir uns um die anderen zwei Teile kümmern, die ein bisschen teurer werden könnten. Dafür müssen wir Eisen einschmelzen und auch Gold einschmelzen. Deswegen bereite ich nochmal ein bisschen Gold vor. Ähm. Ich glaube, zwei Gold müssten reichen. Deswegen nehmen wir mal die zwei Gold und schmelzen die hier ein. So. Dann kümmern wir uns als nächstes mit Cardstone um andere Teile. Denn was wir jetzt noch bräuchten, wären die anderen Templates sozusagen. Einmal brauchen wir ein Large Blade Template und einmal ein Broad Blade Template. Das haben wir auch. Das heißt, die zwei würden wir dann gleich verwenden. Wir machen das erstmal hier unten rein. Genau, das ist unten. Wir legen einmal das hier rein. Zack. Und das wird jetzt erstmal hier verarbeitet zu einem wunderschönen Template. Und das Ganze machen wir gleich nochmal mit diesem Broad Sword Blade. Das haben wir erledigt. Das heißt, jetzt muss nur noch das Eisen rein. Ähm. Ja. Ja. Gleich zumindest. Okay, dann gieße ich mal das Ganze hier ein. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viel da rein muss. Also. Ähm. Steht leider auch nicht dran. Daher müssen wir einfach mal mehr Eisen holen. Und wenn es zu viel ist, dann können wir es ja auch wieder ausgießen. Also. Ist ja kein Problem. Aber wir müssen auch aufpassen. Deswegen nehme ich mal die Sachen und packe sie wieder rein. Und. Ähm. Dann schauen wir doch gleich mal. Wie viel uns das kostet. Ich glaube, das war doch ein großes Stück. Keine Ahnung, wie viel es waren. Aber wahrscheinlich so sechs bis acht. Ähm. Das ist dann schon mal gleich fertig. Das nächste würde auch gleich hinterher kommen. Also. Passt soweit. Jetzt bitte den hier. Und wenn das erledigt ist, dann machen wir unsere Waffe fertig. Mit der wir dann gleich arbeiten können. Also. Wir packen es jetzt mal hier rein. Wenn hier das Ganze aus. Ähm. Einmal das hier. Zweimal die hier. Am besten aufgeteilt. Und dazu noch das Blade. Und damit haben wir einen Alienkleber. Mit sehr vielen Effekten. Wobei ich nicht weiß, ob die relevant sind. Aber was relevant ist, ist, dass es stark ist. Und vor allem diesen Beheading 2 Effekt haben wird. Und was bedeutet, wir sollten eine 20%ige Chance haben, einen Kopf zu troppen. Das ist schon ziemlich viel. Und deswegen warten wir jetzt nur noch darauf, dass wir eben gleich die nächsten Skelette haben, die wir dann jagen können. Und vielleicht können wir das Ganze nochmal verbessern. Denn hier gibt es bestimmt Modifier. Genau. Zwei Upgrades. Und sogar noch was? Abilities. Das ist mir neu. Aber, wir können ja mal ganz kurz schauen, wie wir an das Beheading Upgrade rankommen. Denn sowas gab es auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr interessant. Ah, hier ist ein Modifier. Mhh. Okay, diese Modifier, die sehen schon ein bisschen mehr danach raus. Jetzt ist halt die Frage, welche Modifier es sagt. Ähm, du kannst bessere Köpfe abschlagen. Das kann ich natürlich nicht sagen. Und das ist beeindruckend, wie viele es mittlerweile gibt. Also, sehr, sehr spannend. Das kann ich mir auf jeden Fall nicht leisten. Also, wir wissen jetzt, dass Severing scheinbar für Beheading steht. Not just the heads, but the feet and the feathers. Okay. Ähm, das ist wohl dieser Effekt, wie der mittlerweile tickt. Keine Ahnung. Ähm, und scheinbar könnte man das über einen Anvil machen. Jetzt ist die Frage, ob das der normale Anvil ist oder ob es was Neues ist. Es ist auf jeden Fall sehr spannend. Aber werden wir heute nicht machen. Deswegen, heute wird einfach nur schön gekloppt, bis wir dann gleich einen Kopf haben. Also, wenn ich jetzt diese Nacht auf jeden Fall kein Skelettkopf bekomme, dann würde ich die Aufnahme da auch beenden und, ähm, die Aufnahme wann anders fortsetzen. Weil ich kann ja nicht einfach hier aufhören. Das wäre blöd. Wäre sehr blöd. Das geht schon wieder runter. Das geht schon wieder runter. Die Nacht ist schon bald wieder vorbei. Oh. Zwei Skelette. Oh, das ist schön. Und wer bist du schon wieder? Gaming on Caffeine. Noch nie gehört. Oh, da ist einer explodiert. Okay, komm. Schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. Nein. Nicht fallen. Nein. Nicht sterben. Nein. Jetzt greifen die sich gegenseitig an. Ihr seid so doof. Nein. Du hast ihn gekillt. Oh Gott. Okay, ich habe zumindest mittlerweile einen Kopf getroppt bekommen. Das ist schon mal gut. Also Gaming of Caffeine, den ich nicht kenne. Ähm, der hat einen Kopf getroppt. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Und es wäre noch ein schöneres Zeichen, wenn da jetzt wirklich ein Skelettkopf kommen würde. Aber den haben wir leider immer noch nicht. Und die Nacht ist leider bald auch schon vorbei. Zack, zack. Und einen Creeperkopf habe ich mittlerweile. Ein Skelettkopf ist noch immer nicht dabei. Und die Nacht ist leider gleich durch. Das ist sehr, sehr schade. Denn gerade ein Skelettkopf wäre mir relevant gewesen. Aber wir sehen, die Möglichkeit ist da. Das ist schon mal gut. Aber es wäre besser gewesen, wäre da jetzt was getroppt. Deswegen muss ich, glaube ich, wurde übel auf die nächsten Nacht warten. Hey, da bin ich wieder. Ähm, leider muss ich sagen, an dieser Stelle würde ich die Aufnahme schon beenden. Denn ich habe das Ganze gerade gecuttet und festgestellt, ich bin schon bei ungefähr 20 Minuten. Und die Suche, die war leider noch lange nicht zu Ende. Ich habe insgesamt ungefähr noch eineinhalb Stunden länger gesucht. Und diese eineinhalb Stunden werde ich nicht kurz zusammenfassen können. Weswegen es beim letzten, beim nächsten Mal eine lange, lange Suche geben wird. Und ich muss sagen, es war ziemlich entertaining. Deswegen freut euch schon mal auf die nächste Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch sehr Spaß gemacht. Wenn ja, dürft ihr gerne ein Like da lassen. Wenn ihr neu ist, dürft ihr auch gerne abonnieren. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.